Hallo liebe Audio-Freunde, hallo liebe Heimkino-Freunde, hallo liebe Trinnoff-Fans. Heute geht es um das Thema Early Reflections, also frühe Reflexionen, die im Hörraum oder Heimkinoraum ihr Unwesen treiben und die das Sounderlebnis negativ beeinträchtigen können. Ich möchte euch heute ein paar Hintergrundinformationen zu diesen frühen Reflexionen geben. Warum die wichtig sind, was man dagegen tun kann und was insbesondere der Trinnoff als einzigartiges Feature bietet, dem Ganzen aktiv entgegenzutreten. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen mit ein wenig Theorie. Ich habe mich mal wieder zeichnerisch verausgabt. Wir sehen hier, wenn man so will, den Idealzustand beim Musikhören. Man sitzt im Sweet Spot und genießt den Direktschall der Lautsprecher. Also alles, was dort rauskommt, kommt zu unseren Ohren und eben nichts anderes. Leider schaut die Realität anders aus. Je nachdem, wie nah die Lautsprecher an der Wand stehen, an der Seitenwand, an der Rückwand und so weiter, kommen eben diese frühen Reflexionen ins Spiel. Das heißt, an diesem Beispiel, ein Schallanteil bewegt sich an die Seitenwand und wird dort reflektiert und gelangt dann auf diesem Umweg ebenso an unser Ohr. Und dort überlagern die sich und das Ganze passiert zeitversetzt. Und da liegt dann letztendlich auch die Problematik. Das findet natürlich noch an ganz vielen anderen Stellen statt. Zum Beispiel eben hier angedeutet, geht ein Schall, je nachdem, in welchem Frequenzbereich wir uns befinden, wird ja dann ab einer bestimmten Frequenz auch eher rundherum abgestrahlt oder kugelförmig vielmehr. Und dann geht er eben auch an die Rückwand und dann zu unserem Ohr. Und auf dem Weg werden dann manche Frequenzen sogar ausgelöscht. Das betrifft aber dann eher den Bass. Dazu habe ich schon ein eigenes Video mal gemacht. Wir beschäftigen uns heute eher mit den ortungskritischen Frequenzen. Ich sage mal über 500 Hertz. Wie werden nun die frühen Reflexionen definiert? Das handelt sich dabei um die Schallanteile, die innerhalb von 15 Millisekunden nach dem Direktschall das Ohr erreichen. Weil genau in diesem Zeitbereich man eben diese Problematik der Überlagerung hat und eben nicht mehr das Ganze sauber voneinander trennen kann. Oder unser Ohr kann das nicht mehr sauber voneinander trennen. Besonders relevant ist der Frequenzbereich von 500 Hertz bis 10 Kilohertz. Unser Ohr ist am sensibelsten von 1 Kilohertz bis ca. 8 Kilohertz. Dort insbesondere in Bezug auf die Lokalisation von Schallereignissen. Das ist ganz wichtig. Und das Ziel, das ist eigentlich so aus dem Studiobereich, das trifft aber auf den HiFi-Bereich natürlich genauso zu, ist es, dass die Lautstärke indirekter Schallanteile um mindestens 10 Dezibel geringer ist, wenn sie an unserem Ohr ankommt, und dass wir Reflexionen im Zeitfenster von nur 2 Millisekunden, das entspricht also ungefähr 70 Zentimeter Laufzeitverlängerung, also da geht es wirklich um Gegenstände, wenn die sehr nah an den Lautsprechern sind, dass wir diese Reflexionen im Idealfall komplett vermeiden. Frühe Reflexionen haben eine ganze Reihe von negativen Effekten. Als da wären. Sie beeinträchtigen die Bühnenabbildung, die Räumlichkeit. Also das, was eigentlich so das HiFi-High-Entleben ausmacht, dass man eine realistische Bühne hat, dass man weiß, wo die Protagonisten stehen, wer wie, an welcher Stelle, welches Instrument wie anreist und so weiter. Diese ganze Räumlichkeit, das wird durch frühe Reflexionen verwischt sozusagen. Die Ortung einzelner Schallereignisse ist nicht mehr so gut. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle jetzt dieser Schlag aufs Becken erfolgt oder wie weit vielleicht in der Tiefe eine zweite Sängerin zum Beispiel steht. Die Präzision nimmt insgesamt ab. Frühe Reflexionen verändern sogar Klangfarben und Tonalität. Man denkt dann immer, das ist der Lautsprecher, aber im Endeffekt ist es der Raum. In dem Moment, wo nämlich eine frühe Reflexion verursacht, dass ein Schallanteil ganz kurz danach nochmal an meinem Ohr ankommt und ich den eben nicht separieren kann, dann dickt es natürlich diesen Frequenzbereich, in dem das passiert, auf. Und das ändert wiederum die Tonalität. Was kann man nun gegen solche bösen Reflexionen tun? Zum einen beginnt das Ganze schon bei der Lautsprecheraufstellung. Ist klar, das ist aber auch das, wo wir letztendlich oft gezwungen sind, Kompromisse einzugehen. Das Thema kennen wir, aber ein Lautsprecher, der eben weit entfernt von reflektierenden Flächen steht, ist eigentlich schon mal eine Grundvoraussetzung, dass wir eine sehr präzise, eine sehr räumliche Wiedergabe erleben. Klar, kann man nicht immer realisieren. Das Haifi-Leben ist auch ein Kompromiss. Wenn wir das eben nicht können, ewig weit von den Seitenwänden und so weiter entfernt, dann hilft am besten, Absorber an relevante Positionen zu positionieren. Doppelt gemoppelt aufzustellen. Vor allem eben an den Seitenwänden. Da gibt es auch Rechner. Ich kopiere euch einen Link in die Videobeschreibung. Da kann man anhand der Raummaße, anhand der Abstandseingaben sich zeigen lassen, in welcher Entfernung dann solche Absorber am besten montiert werden. Die sollten in jedem Fall 5, besser 10 cm dick sein. Ich blende euch hier mal ein Beispiel von Äkustik ein, die ich zum Beispiel auch im Programm habe. Und neben dieser rechnerischen Methode gibt es auch die sogenannte Spiegelmethode. Das nur noch als zweiter Hinweis. Da kann man also mit einem Spiegel an der Seitenwand entlang gehen oder eine andere Person. Und wenn man am Hörplatz sitzt und dann den Lautsprecher im Spiegel sieht, dann ist das auch schon mal ein gutes Indiz, dort einen Absorber anzubringen. Auch Diffusoren sind an diesen Stellen zumindest besser als gar nichts. Da wird ja ein Schall, der dort auftritt, eben diffus in alle möglichen Richtungen verteilt. Und damit verlängert sich natürlich auch der Laufweg, bis er am Ohr angeht. Und die Lautstärke indirekter Schallanteile wird aber dann auch wieder durch diese längere Laufzeit reduziert, sodass Diffusoren auch dazu beitragen, im Endeffekt diese direkten, harten Reflexionen, nenne ich es jetzt mal, zu entschärfen. Dann sollten wir vermeiden, harte Gegenstände in der Nähe der Lautsprecher zu positionieren. Also ein riesengroßer Glastisch, der vor mir steht bei einem sehr, sag ich mal, geringen Abstand zu den Lautsprechern, ist schon mal ziemlich kontraproduktiv. Das sollten wir also vermeiden. Genauso wie mannshohe Reck, die direkt neben den Lautsprechern stehen. Das ist ja dann eher schon wieder wie eine Wand. Und zu guter Letzt gibt es, und das möchte ich euch jetzt detailliert vorstellen, bei Trinoff einen Algorithmus, der, und ich glaube, das ist wirklich der einzige am Markt, in der Lage ist, solche frühen Reflexionen, beziehungsweise das, was sie zur Folge haben, zu behandeln. Und jetzt schauen wir uns an, wie intelligent der Trinoff das macht und was man dabei beachten muss. Schauen wir uns an, wo wir in den Trinoff-Auswertungen der Messungen und auch Korrekturen Hinweise auf frühe Reflexionen finden. In der Amplitude können wir diese frühen Reflexionen kaum sehen. Aber es gibt eine Auswertung AmpDirect und das ist im Prinzip eine Simulation des Schalls, wenn wir uns in direkter Nähe des Lautsprechers befinden würden. Das ist also das, was der Trinoff im Gegensatz zu den anderen Systemen am Markt hervorragend beherrscht. Er kann also durch dieses Mikrofon, durch die vier Kapseln eben ableiten, was kommt indirekt zum Mikrofon und zum Hörplatz und was kommt als Direktschall zum Hörplatz. Und da sieht man jetzt zum Beispiel schon einen Hinweis hier bei diesen 500 Hertz, da haut sowas nach unten ab. Und das ist auch das, was ich dann in der Phasenauswertung sehe. Das ist nämlich dieser kleine Phasenausreißer hier. Und der kann auch, wie ihr seht, in der normalen Einstellung Early Reflections nicht so ohne weiteres kompensiert werden. Auch im Group Delay sehe ich solche Ausreißer. Hier an dem Beispiel. Und auch im Impuls, ich gehe mal hier ein bisschen kleiner, sehe ich anhand des zeitlichen Verlaufs vom Hauptimpuls, wo kommt da noch was nach. Also wo kommt ein Schallsignal dann etwas versetzt mit einer bestimmten Amplitude auch nochmal am Ohr an. Also das sind alles Hinweise auf frühe Reflexionen, die ich dann eben beeinflussen kann über den Algorithmus des Trinoffs. Und schauen wir uns das mal an, wie das geht. Und zwar muss ich hier in die Settings gehen und dann gibt es hier einen Parameter, den eigentlich die meisten von euch wahrscheinlich hier auf drei Cycles belassen. Kurzer Exkurs zu diesen ominösen Cycles. Da geht es um ein Zeitfenster, innerhalb dessen der Algorithmus frühe Reflexionen korrigiert. Warum geht es um Zeitfenster? Weil die nämlich je nach Frequenz länger oder kürzer ausfallen. Also bei einer sehr langen Wellenlänge, 20 Hertz, da ist dann zum Beispiel dieses Zeitfenster 150 Millisekunden. Und bei einer sehr kurzen Welle, zum Beispiel 10 Kilohertz, da ist es dann nur mehr 0,3 Millisekunden. Also das ist sozusagen eine Dynamik, die dort hinterlegt ist, je nach Wellenlänge. Und je höher der Wert, desto größer der Eingriff, beziehungsweise desto länger das Zeitfenster, in dem der Algorithmus versucht, diese frühen Reflexionen zu bekämpfen. Gehen wir also jetzt in die Einstellung und gehen mal von der Standardeinstellung drei Cycles weg und gehen mal auf 8 und lassen Ihnen das mal berechnen. Und dann schauen wir, was dann im Bereich Phase, Gruppenlaufzeit, Impuls sich an Änderung ergibt. Und mit dieser Einstellung konnte er auch diese Reflexion, diese frühe, um 500 Hertz herum relativ gut ausbügeln. Hm, coole Einstellung. Hat das Nachteile? Okay. Ja, kommt drauf an. Also es kann sein, dass bei der extremsten Einstellung Early Reflections mit 8 Cycles, dass, ja, ich denke mal, irgendwelche Artefakte, kann man das bezeichnen, hörbar sind. Also irgendwelche Schallbestandteile, die da vielleicht nicht hingehören. Er muss ja irgendwas tun. Also was es genau macht oder was dieser Algorithmus genau macht, das lässt Trinoff so nicht wirklich raus. Es muss aber ja damit zusammenhängen, dass an der Phase gedreht wird und dass irgendwie diese Geschichten, die da über einen Umweg ans Ohr gelangen, auf dem Weg dorthin ausgelöscht werden aktiv. Ja, und in dem Moment, wo der Trinoff dann in dieses Signal eingreift, kann es natürlich sein, wenn er das zu stark macht, dass dann vielleicht was von dem Eingriff noch überbleibt. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr damit rumspielt, generell immer intensiv auch nochmal zu hören, ob sich das wirklich ausschließlich positiv bemerkbar macht oder ob man sagt, man nimmt mal lieber eine kleine Unwägbarkeit hier in Kauf und es hört sich aber trotzdem am Schluss besser an. Jetzt schauen wir mal, was bei 5 Cycles passiert, ob das gegebenenfalls schon ausreicht. Aha, auch die 5er-Einstellung reicht bereits, um diese eine störende frühe Reflexion oder beziehungsweise die Unzulänglichkeit im Phasengang hier nochmalig zu verbessern. Und das ist dann durchaus eine Geschichte, die es wert ist und die eine Verbesserung im Klangbild bringen kann. Nun bin ich aber, das wisst ihr ja, ein Fan von einerseits einer aktiven Korrektur, weil die eben Dinge zustande bringt, die man sonst nicht hinkriegt, und von passiven Maßnahmen im Raum, um eben mit einer vernünftigen Kombination das Maximum rauszuholen. Denn eins ist auch klar natürlich, je weniger Algorithmuseingriffe notwendig sind, desto besser und desto ausgewogener ist vielleicht die Korrektur, auch im Hinblick auf verschiedene Hörplätze. Und ich möchte euch jetzt demonstrieren, wie man anhand der Messergebnisse sehr schön sieht, wie wirksam bestimmte passive Maßnahmen, die man ja ergreifen sollte, sein können. Dazu dieser sehr rudimentäre Versuchsaufbau. Ich habe jetzt einfach mal einen Äkustikabsorber auf das Rack gelegt. Das Rack ist hier der Bösewicht, der den Schall auf einem Umweg zu meinem Ohr buxiert. Und jetzt schauen wir mal, was durch diesen Absorber bewirkt wird. Und das Ganze schaut dann in der Phase so aus. Das heißt, sowohl hier sehen wir bereits eine Verbesserung der Ursprungsmessung durch diese Absorberwirkung, der eben die frühe Reflexion etwas abdämpft. Und natürlich kann dann auch die Korrektur, wie wir hier sehen, umso besser erfolgen. Und zwar jetzt schon in dem Standardfenster von drei Cycles. Ein weiterer Versuchsaufbau. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht schön. Es ist Jugend forscht. Also egal. Der liegt jetzt auf jeden Fall quer und federt deswegen eine größere Fläche ab. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Und wir sehen anhand der unkorrigierten Messung, es hat gewirkt. Wieder ein Stückchen besser. Ihr seht aber auch, dass im Rahmen der Korrektur des Ganzen keine große Verbesserung mehr dazu kommt. Da müsste man jetzt aber auch gegebenenfalls mit einer Drittsoftware wie REW nachmessen, was die zu der ganzen Entwicklung sagt. Ich glaube generell ist klar, wenn ich mit passiven Maßnahmen in der Ursprungsmessung eine Verbesserung erziele, ist das immer der erste zu bevorzugende Schritt. Sind wir jetzt schon fertig? Nein. Ich habe ja davon gesprochen, je weniger Eingriff, desto besser. Und jetzt zeige ich euch mal noch ein anderes Setup von mir, das sich da 2.4 nennt. Also ein reines Stereo-Setup. Und da schauen wir uns jetzt auch den Phasengang an. Das ist mein Melody-Lautsprecher von Merowinger, der also hier einen mustergültigen Phasengang hinlegt. Out of the box, in 4,70 Meter Hörentfernung ist das gemessen. Hier seht ihr die Korrektur. Also der macht es halt dann noch glatter. Und hier geht dann die Phase wieder etwas rauf. Gut, da sind wir im Bassbereich, da ist natürlich der Raumeinfluss dann auch extrem groß. So, was ich euch jetzt sagen will, ist, dieser Phasenverlauf, ich trenne ja dann irgendwann bei 70 Hertz ungefähr zu den Subs, ergibt sich, wenn ich die Einstellung hier auf 0,5 Cycles runterbremse. Und das ist ja ein Wert, der ist weit von den empfohlenen oder von der empfohlenen Grundeinstellung weg. Also das heißt im Prinzip sehr wenig Eingriff des Algorithmus. Jetzt mache ich den mal auf die empfohlenen drei Cycles und wir schauen, wie sich dann das Ganze zeigt. Fertig gerechnet. Wir schauen uns die Auswertung an. Und wir sehen, dass keine große Verbesserung mehr zumindest bis zu meiner Trennfrequenz eintritt. Im Gegenteil, wenn man jetzt ganz kleinlich ist, würde man sogar sagen, so ab 90 Hertz macht es eine kleine Delle, die vorher nicht da war. Was ich damit sagen will, ist, man kann ruhig mal probieren, je nach Lautsprecher-Setup, ob bereits eine geringere Einstellung bei Early Reflections ein gleiches oder sehr ähnliches Resultat bringt und ob man dann, indem man eben Algorithmuseingriffe reduziert, vielleicht insgesamt sogar ein noch besseres klangliches Ergebnis erzielt. Ob das Ganze wirklich heraushörbar ist? Hm, also ich war mir jetzt hier bei meinem Beispiel nicht wirklich sicher. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, dass es bei geringerer Korrektur etwas besser war. Es lohnt sich zumindest ein bisschen damit zu spielen und auch eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, was der Trinnoff mit welcher Einstellung wie stark eben korrigiert und was nicht. Und eins ist auch klar, im Heimkino oder je mehr Lautsprecher beteiligt sind, desto schwerer wird es mit passiven Mitteln und auch via einer bestimmten Lautsprecherqualität, diese frühen Reflexionen von Haus aus in den Griff zu bekommen. Und darum ist es ja fantastisch, wenn eine solche Einstellungsmöglichkeit besteht, die aus meiner Sicht kein anderer Anbieter auf dem Markt bietet. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren verschiedener Einstellungen für die Early Reflections, verschiedener Cycles und teilt mir gerne mit, was das bei euch für euer Hörempfinden, für Auswirkungen hat. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. In diesem Sinne, auf bald, macht's gut, euer AudioFreak.